Und wer ist jetzt der Kilchoman? Auf jeden Fall sind wir nicht mehr dergleichen, wie es dann angefangen hat. Als dynamisches und agiles Unternehmen passen wir uns nämlich ständig den wandelnden Bedürfnis unserer Kundschaft an. Heute verbinden wir Menschen und schauen, dass sie Innovationen erleben können. Für das sind täglich 300 motivierte Kilcharmänner und Frauen in der ganzen Schweiz und Süddeutschland unterwegs. Wir schauen für eine einwandfreie Vernetzung überall dort, wo Menschen zusammenkommen und kommunizieren. Mit audiovisueller Technik auf dem nächsten Level stellen wir sicher, dass eure Botschaft ankommt. Egal ob bei Firmen, in Stadien oder im öffentlichen Raum. Darum setzen zahlreiche grosse Schweizer Unternehmen und Vereine auf unsere langjährige Erfahrung und unser Know-how. Die zufriedenigen Kunden kommen schon heute in Genuss von unseren Lösungen und Dienstleistungen. Und wann kommen dir das? Egal ob top-einrichtete Konferenzräume, modernste Signage-Systeme oder Licht-, Bild- und Ton für eure Events. Egal ob live, virtuell oder hybrid. Bei uns bekommt ihr das rundum-sorglos-Päckchen mit dem 360-Grad-Ansatz. Wir planen, installieren und betreiben eure massgeschneiderte Lösung. Ganz egal, ob ihr die bei uns kauft oder im Abo-Modell mietet. Dazu gehört natürlich auch, dass wir den Service übernehmen und schnell reagieren, falls es mal ein Problem gibt. Wir begleiten, begeistern und digitalisieren. Das sind wir, der Kielchenmann.